Und willkommen zum ersten Tutorial Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Teamspeak dunkel machen könnt, so dass er euch nicht mehr blendet und generell das Design auch je nachdem etwas schöner aussieht. Das Ganze könnt ihr unter Extras einstellen und dann unter Optionen. Dort könnt ihr unter Erweiterungen bei Browse Online viele verschiedene Erweiterungen suchen. Um das Ganze machen zu können, müsst ihr ein My Teamspeak-Konto haben und hier eingeloggt sein. Sobald ihr eingeloggt seid, geht ihr auf Erweiterungen, Browse Online und gebt in der Suche Darken TS an. Zusammengeschrieben natürlich. Hier findet ihr viele verschiedene Designs, die wir persönlich sehr bevorzugen. Wenn ihr euch ein Design runterladen wollt, könnt ihr einfach auf das entsprechende Design draufdrücken. Ich empfehle für ein Icon Pack Darken TS Icon Pack und könnt dann hier auf Download drücken. Da ich es schon runtergeladen habe, steht bei mir Installed. Dann gehen wir wieder zurück. Das nächste, was wir empfehlen als kompletten Style, wäre Darken TS Dissension Style. Auch wieder draufdrücken und installieren. Sobald ihr die zwei Plugins installiert habt, den Namen der Plugins auch nochmal unten in der Videobeschreibung, geht ihr auf Design und wählt dann bei Thema Darken TS Dissension aus, bei Icon Pack Darken TS Icon Pack. Nun sollte euer TS genauso schön dunkel sein wie meiner. Ihr seid nicht mehr geblendet. Falls dieses Tutorial hilfreich gewesen sein sollte, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Und vergesst nicht, am Ende des Monats gibt es das Was ging im Monat, wo eure Videos hochgeladen werden. Also sendet uns fleißig an die unten eingeblendete E-Mail eure Best-ofs. Und nun haut da rein und genießt euren Abend auf eurem Teamspeak. See you soon! See you soon! See you soon!